So, ich möchte heute referieren, das teuerste Bild der Welt, Edward Munch, der Schrei. So, das ist die teuerste Aufnahme der Welt. Ich möchte heute referieren über den Begriff Künstler, total pervertiert, ich würde sagen Ünstler, Dünstler oder Wünstler oder Schünstler. Dieser Begriff in seiner Klickenwirtschaft, Sauerei, wo dann eine Clique irgendwie versaut. Und, ja, Dünstler, Hünstler, Wichserei, Schünstler, ja. Der Begriff Künstler ist dermaßen pervertiert, ja, ist eine Sauerei eigentlich mehr, ne. Also, ein, ein, der schreibt. Danke. Und, ja. Und, ja. Und, ja. Vielen Dank.